Heute bei Hour of Power erleben Sie Bobby Schuller im Gespräch mit Bischofswikar und Priester, Pater Christopher Smith, der in Zukunft für die Crystal Cathedral zuständig sein wird. Lassen Sie sich durch eine besondere Predigt von Bobby Schuller mit dem Titel »Zur Ewigkeit geschaffen« für Ihren Alltag ermutigen. Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Hour of Power Hour of Power